Wir haben Wattlers gegründet, weil wir den Menschen ein Glücksgefühl schaffen wollen, indem wir ihnen das Schöne ermöglichen. Wir wollen die ganzen Artikel, die es draußen in der Welt gibt, die wollen wir möglichst einer breiten Öffentlichkeit ermöglichen. Was schön bei uns ist, man möchte inspiriert werden. Ich komme hier hin, sehe den gedeckten Tisch und denke mir, wow, so möchte ich das Zuhause auch haben. Die Philosophie ist, gedanklich ist erstmal alles erlaubt. Wir nehmen alles auf den Tisch und wir versuchen daraus jeweils immer wieder das Kreativste und das Beste rauszuholen. Der kreative Prozess beginnt bei uns im Einkauf. Die Einkäufer reisen ganz viel, holen sich ihre Eindrücke auf Messen, auf Fernreisen. Ideen, die uns überall auf der Welt entgegenspringen. Daraus kreieren wir Themen, die natürlich angesagt sind. Wir sind sehr, sehr schnell, wenn es darum geht, Ideen umzusetzen. Man kann Butlers online einmal auf unserer eigenen Seite erleben. Wir können aber auch Butlers-Artikel mittlerweile auf ganz vielen Partnerseiten finden, wie Amazon, Rewe, Otto, Kaufhof, auf denen Butlers-Artikel zu finden sind und dann eben auch europaweit ausgeliefert werden. Wir haben ungefähr 20.000 Quadratmeter Lagerfläche, auf denen wir die Artikel aus der ganzen Welt sammeln. Und die Bestellungen gehen ausschließlich von diesem Zentrallager aus in alle Regionen. Wir sind mittlerweile in zehn Ländern tätig. Wir wollen Butlers als eine der großen Marken rund um Wohnaccessoires und den gedeckten Tisch etablieren. Butlers hat seit ungefähr 2012 das Lizenzgeschäft für sich entdeckt und da erfolgreich unsere Lizenzen wie Peanuts oder auch Disney mit der Mickey Mouse, die wir bei Butlers vermarkten. Idealerweise geht der Kunde glücklich aus dem Onlineshop raus, auch aus der Filiale und idealerweise kommt er auch wieder zurück. Ungefähr 80 Prozent der Artikel sind mit Butlers gebrandet. Die Marke Butlers ist deswegen eine Marke, weil wir nicht nur am Schluss Artikel kombiniert darstellen. Wir können von der Idee bis zur Umsetzung alles aus einer Hand darstellen. Das zeichnet uns aus. Wir machen uns sehr viel Gedanken darüber, um den Kunden zu erfreuen, um ihn glücklicher zu machen. UNTIL … … … … –